und damit zeitgegrüßt neben zwerge genomen hobbits und älter zu einem neuen netz test auf einem knall das geht im unter weiter mit den letzten tests ja wie hieß wie dieser spiel noch mal to the hell hieß das glaube ich das spiel gab es für 75 cent im steamshop und es sieht verdammt cool aus dafür dass das nur 75 cent kostet das sieht das nach einem verdammt guten spiel aus deswegen starten wir doch mal ein spiel ich habe schon freigestellt i am going down to have someone important for me is there who is standing right was okay okay wir spielen das kleines mädchen und das mädchen geht zur hölle und sie kann nicht sterben für space to jump ja wie hast du und jump was bei ist das gewöhnliche und es sieht wirklich sehr sehr für den preis wirklich also kann man wirklich nicht mexican mädchen am post text and you may get some tips go save your girl go save your girl go save your girl ist das ein save point oder was be careful with objects with red edge okay die können wir öfters mal sterben oh es war eine falle also ich finde es jetzt schon können wir den hebel betätigen dann pull the rod next to you ach so hier so da sind wir gestorben ja jetzt gedacht ach so die blumen sind ein save point oder was aha ich lebe noch ja ja aha ich muss mich drucken oder was 1 aktivieren ha ich lese das rätsel jetzt hier ja ähm ganz schön blutlager mittlerweile sink zweites bevor you pull the ring hm okay zweimal denken ist bei mir irgendwie nicht drin okay jetzt so hier bin ich sehr gut soll man das rätsel gelöst ich finde es nicht schlecht für den preis auf jeden fall jeden cent wert wie decisive du hätte und look down sehr cool ich habe nicht damit glaube ich glaube dass wir gehen können Unbelief. Au. In Indiana Jones. Unsichtbarer. Au. Unsichtbarer Weg. Du musst nur dran glauben. Okay, da ist es schlecht. Gibt es hier irgendwo einen Weg, der da rauskommt? Aber da unten können wir, glaube ich, nicht lang. Müssen wir da schnell hoch springen, oder was? Kopfkratz. Müssen wir schneller reagieren, oder was? Hm. Kopf juckt. Kopfkratz. Ich war schon duschen. Und gerade eben. Was denn? Hm. Verstehe ich nicht. Und die Mütze? Ich bin schon wieder gestorben. Hm. Was muss ich hier machen? Ah, fast. Bin ich schon ein bisschen weitergekommen. Ja. Ach, verdammt. Ich finde es ginge, Alter, das Spiel bisher. Womit ich hier dauernd sterbe. Ah, ich bin ein bisschen weitergekommen. Müssen hüpfen. Doppelsprung kann ich noch nicht, oder? Ach, Mist. Das ist ein bisschen tödlich, das Spiel hier. Ja, okay, da komme ich auch nicht lang. Das heißt, ich muss da irgendwie lang. Ach. Das schließt sich da auch irgendwie. Nice. Und nun? Hier runter. Ähm. Huah! Verdammt. 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 Okay. Verdammt. Okay. Spears, ones of the moment. Ein ist in der Army. Ach, du Scheiße. Na, teuer, da ist ja was aktiviert. Ah. Gut, ähm. Vielleicht sich kein Blut sehen können. Die haben schon nichts abgeschaltet. Versuch's ja. Das geht nicht. Das ist wirklich die Hölle hier. Nicht sterben zu können, ist die Hölle. Ah, und die Speere werden immer roter, je öfter ich daran sterbe. Hm. Ja, realistisch. Das ist realistisch. Sehr realistisch. Der Speer ist hier schon ganz rot. Und der hinteren ist schon noch relativ weiss. Letzter. Sehr nice. Das ist realistisch. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Okay. 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 Was? Was? Ich glaub das nicht, ich glaub das nicht. So schlechter Klapp. Ich hab's durchgeschafft. Oh man. Verdammt. Oh man, das schaff ich nicht. Ich schaff das da niemals durch. Ja, komm ich fahr durch. Ich fahr durch. Fahr durch. Puh. Ach so knapp. Ach komm. Na beist dem nicht. Ach komm. Das zieht doch nicht. Ach puh. Jetzt nochmal genauso. die anderen sind nicht so schlimm ach komm so dicht darf ich nicht dran stehen aber so dicht schon halleluja da hinten noch eine kettensäge natürlich eine kreissäge muss hier genau davor stehen ich habe den rhythmus haus ich habe es raus wie man machen muss so nicht hier stehen und dann hoch geht der 100 schon auch im rage game ein bisschen näher noch und dann noch springen ach du scheiße wieso denn das was wir haben durch uns springen dreck na komm na komm mittlerweile kriegst du sauber hin und sagte er für 75 cent ein sehr tolles game für den preis habe ich schon schlimmer gesehen konnten sie wahrscheinlich wegen dem gut nichts verkaufen wegen der gewalt theoretisch kann man das auch schaffen ohne zu sterben rein theoretisch wenn du scheiße wieso denn das was wir haben springen und durch das klappt doch niemals ich war schon so nah dran so nah dran na komm konzentration nein nein es ist ein bisschen schwieriger ja es ist wieder sauber das haben wir gemacht wohnen es ist nicht mehr ganz so groß die platzung wurde abgeschüttet das blut und ja 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 oh man nach ich wollte noch einen Schritt näher ran Daran verzweifle ich hier noch. Ich möchte mal hätten, dass Wummern ein bisschen zu laut ist für euch. Ja, mitgehangen, mitgefangen. Ha! Na, verdammt! Da darf ich nicht so nah ran, das letzte. So geht das doch. Nicht. Ich will hier mal raus hier. Ich will hier mal weiterkommen. Mami. Ach du die. Oh man. Oh man. oh man schuldigung da bin ich noch einmal gestorben einmal gestorben ja nice Checkpoint, Pizza bisschen Checkpoint sehr gut ah, zum Glück ja ja, das Springen muss geübt sein Jump-in-One-Künste müssen ein bisschen vorhanden sein ein bisschen Skill braucht es dann schon ach du scheiße oh, das arme Mädchen Bluten mit dem Kopf liegen die Seite ah ziemlich blutig das Spiel hier kann man, kann nicht jeder spielen ich weiß nicht was für jeden muss man ein bisschen was abkönnen das ist schon ziemlich arg blutig ich brauche Doppelsprung gebt mir Doppelsprung das ist eine knappe Wurst da drüben das Geräusch ist irgendwie schon ein bisschen amüsant und schnell schnell sterben ich muss da schon da rüber der kippt so schnell zur Seite dreimal sogar dreimal aufgespießt verdammt verdammt ich mach meinen Tisch hier irgendwann kaputt mein Tischplatter das ist auch wenn ich hier drauf haue aufgespießt ich kann es durch schaffen auch wenn das noch umfällt verdammt ich brauche doppelsprung das macht es alles einfacher ach du scheiße geht es noch weiter die tote braucht man hier nicht zu zählen sind so viele oh nein die ganze spaß weiter oh meine fresse wie soll denn das klappen da kann man nicht machen wird kann sagen da komme ich doch einigermaßen recht durch verdammt zu früh was für foltermaschinen hier das ist doch brutal jetzt wenn es ganz unten ist müssen wir los jetzt ach du scheiße da müssen wir springen wenn es ganz unten ist ach komm aus irgendeinem grund werde ich hier nicht getötet dass die hitbox noch nicht genau na joinmo oh man unten und oben kreis sägen ich trau mich nicht fast blablabla blablabla das werde ich mir bei dem modi empfehlen dem könnte es gefallen dem könnte es sehr gut gefallen ach komm fast ich war schon fast drüben da gibt es ja auch einen highscore wie viele tote man haben kann lowscore sollte es hier geben na komm und jetzt ich komme da nicht rüber ja gut schauen wir mal was dann aus zusammenschnüppeln ich muss hier glaube ich gleich aufgeben das war doch schon auf dem sprung das war doch hier schon einfach durchrennen hier einfach in einem zub das wäre es wenn man das mal hinkriegen würde einfach auf einem fürst zwei das will ich aber sehen wenn das hier noch fürst zwei jährige gekriegt hat dann schickt er mir mal ein video von das finde ich aber unbringend sehen ich bin doch schon drüben na egal da muss ich euch gefallen haben lassen aber dann neu seid ja man sieht sich im nächsten netztest wieder mal schauen wie ich das raus und wie ich das hier schneide habt einen angenehmen tag und haut darin sterb nicht gut wird gesund haut darin tschau